Herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder auf Tour und suchten eigentlich ein Gefängnis. Was wir fanden war aber etwas völlig anderes. Trotzdem war es sehr interessant. Bis jetzt sind hier bloß alte Garage. Aber sogar noch mit guten Lampen drin. Hier nochmal alten Schuppen. Da kam das Dach schon runter. Und hier war wahrscheinlich die Stromversorgung drin. Und das hier könnte das Gefängnis sein. Fenster sind etwas vergittert. Aber solche Rolltube, das haut doch auch nicht hin. Auch eine Menge Elektrik. Reläkästensicherung. Die Stromversorgung. Die Stromversorgung. Die Stromversorgung. Aber Gefängnis ist das hier nicht. H.O. Spezialhandel. 20,75 Mark. Februar 1988. Also dort in die Knast. Hier erstmal hoch. Wahrscheinlich mal hier irgendwie Lagerraum oder irgendwas. Überall liegen hier so eine Zettel rum. Ein Schreibtisch. Mit Bierflasche. Aber schon aus Festzeit. Hier kann man gucken, wie groß man ist. Was das hier für Kästen sind. Wahrscheinlich Abzug. Warum sind hier überall so eine Größenanzeigen? Wer weiß. Ja, aber das scheint alles nur ein Lager gewesen zu sein. Hier ist sogar noch ein Fahrstuhl. Und ein Elektrokasten. Hier noch auf dem Papierkram. Was das alles sein soll. Jetzt kriegen wir noch eine Etage höher. Aber hier ist genau dasselbe Spiel. Hier machen wir noch ein Klo. Oh Gott. Das werde ich mal nicht mal verpixeln. Da liegt den Genauer drin. Aber hier ist aber noch ein Spiegel. Und das Waschbecken. Hier haben wir auch den Dachboden. Aber hier ist dann auch nichts mehr. Nur noch Geröll. Und überall diese komischen Zettel. Wir sind mal direkt unterm Dach. Nur noch ein Räumchen. Aber nichts. Hier noch ein ganzer Karton. Feier Papiere. So. Bleibt uns bloß noch der Keller. Oh, wenn das mal hier noch Ostbrause ist. Ne. Russen. Die Russen sind da. Aber viel mehr ist hier auch nicht. Und jetzt hier hin. Dicke Fallgrube. Oh ja, mein Knast. Das wird ja nicht alles sein. Ich glaube bestimmt bloß mal was eingeschlossen. Und Kartons. Stapelweise. Ja, mein Kameralicht hat auch ein Geist aufgegeben. Aber ich habe ja eine Taschenlampe mit. Hier unten stehen schöne Kachelöfen noch. Die werden die Original hierher. Ne, die wurden wahrscheinlich nicht so verkauft. Keine Ahnung. Schreibtisch. Ofen. Schrank. So. Mehr ist hier nicht. Ich gehe jetzt nach oben wieder. Gehe ich doch gleich mal hier lang. Ein großes Gebäude, aber nicht das was ich wollte. Hier geht es wieder raus. Ich musste Zeit von Weihnachten rope. Mein Hund. Ich kann alleine jetzt hier presence. Ich binmar Sag. Häftige. Überall achiezes ein Team.